Es geht nie, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite, um das Ausüben von Macht. Macht ist nicht der Zweck, sondern Macht ist das Mittel. Und wofür? Um Menschen zu helfen, um Menschen zu unterstützen, die sich auf den Politiker verlassen. Aber trotzdem interessiert mich eh anknüpfend an das, wann Sie sich am mächtigsten gefühlt haben. Als Mann im Hintergrund, eben mit dem Druck, den Sie gerade beschrieben haben als Innenminister oder vielleicht jetzt mit dem Blick voraus in all das, was wir noch besprechen, was noch auf Sie zukommt. So sehe ich das nicht. Macht ist eine Nebenerscheinung, die man hat, aber nichts, worin man sich suhlt. Ich glaube, wenn man das tut, dann ist man in der Politik am falschen Dampfer. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir gegenwärtig von sehr, sehr jungen Burschen regiert werden, denen die Macht das Wichtigste am politischen Geschehen ist. Und das ist etwas, wo ich gerne zeigen möchte, dass es auch anders geht.